So, willkommen zurück zu Screenshot Turnt Ja, zurück zu Screenshot Turnt Pam, pam, Roadkill Und ich möchte mal den Crossbow ausprobieren Weil ich neuen Schuss hab Und noch einen Crossbow drin Also hab ich 10 Schuss Und ich sag grad, warum das Auto zu langsam wurde Aber, das liegt daran, dass Es hupen kann, hehehe Roadkill 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 Fuck Wie, die kriegen davon keinen Schaden Holy shit Äh Lauf Reload Reload Pan Ganz witzig Wie, die kriegen davon keinen Schaden Oh, Drop Wow Und die Double Barrels so gut Drop Links hab ich meinen Sledger immer noch Mit Crossbow ist cool Haha Alle gehatchotet Voll Zoll Ich bin in der Start Pam, Pam Surprise, Motherfucker Fuck Fuck Das war scheiße Wenn ich reloade, lauf ich kurze Zeit schneller Das ist cool Da ist noch einer am Boden Nein, lauf Quarschloch Nein 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 Das wär so ein guter Run gewesen Ins Auto und dann schnell weg Fahr, 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 fahr Ach du Kacke Ah Ah Oh, jetzt regeneriere ich wenigstens Leben Ach Du Scheiße Damit hab ich nicht gerechnet Ist hier irgendwas besser Ist hier irgendwas besseres Ne Pfeile hab ich auch keine mehr Fuck Dafür hab ich auch keine Munition mehr Fuck Oh, war's richtig knapp Ach Jetzt gilt's daran Alles zu essen, was geht Ich hab ja noch so ein Purification Äh, Vitamins Oder Pilz, glaub ich Molly Potato Bonjour Clip Oh Da ist ein Bonjour Clip und da ist eine Note Da ist Molly Bottled Water Cool Ach, trink den Scheiß einfach Ne Handsaw Moldi Tomato Oh Gott Oh Hab ich mich grad erschrocken Ist da auf einmal so ein Helm in mir drin Ach Alter Alter Ach du Scheiße Arthur этим Bullets Oh, Police Uniform Was ist das? Police Burton was das wird mir label magazine was so ein police beton ach du scheiße da finde ich ach gott nee er ist in mir war ja 72 experience das ist da und noch mal dass da nehmen wir mal das politischen dingsbums wir waren ja fast am ende wir sind am ende verkehrs nix was das team hoch hier nix da sind doch durch was ist hier ist hier gold nein nein was ist hier machete nein hol die bottled water bandage dann nehmen wir mal das multi bottled water mit wenigstens habe ich eine bandage gefunden zehn leben geheilt hier ist eine outfield ich glaub die verwendet was verwendet die brosuch gibt davon war ja gerade einer in der stadt hoch nein geht da runter geht da runter wieder hoch dann geht da runter war mal wieder richtig knapp hier ich habe keine lust da reinzugehen ach gott immer muss ich mich so erschrecken mich so erschrecken fuck puh ich hab schon wieder special ausgehalten was ist das ninja top was ist das uh shanka nee das ist so ein hut möchte ich schnisch möchte ich schnisch möchte ich schnisch da ist noch einer ich sehe dich doch lol habe ich mich ein bisschen erschrocken da ist ein geschimmelter o-saft hu fuck ach jesus huh moldy corn warum ist hier alles binoculars kann ich die so anziehen nö ha unnötig aber cool irgendwie oh ich würde einfach mal sagen ich habe schon wieder zwölf minuten wir sind fast tot ich würde einfach mal sagen tschüss bis zum nächsten mal haut raus tschüss 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 tschüss